Hallöchen, mein Name ist Kat... Ne, Quatsch, falsche Stimmlage. Sorry. Hallo, ich bin Kathleen und ich bin unter anderem die Stimme von... Sandy aus Spongebob, richtig geraten. Peaches aus Ridley Jones, Fergie aus Alice in der Wunderland-Bäckerei. Ich bin die Erzählerin aus Comi Can't Communicate. Ich bin die Lily Rape in American Horror Stories, Effie Trinket in Tribute von Panem, Rose aus Two and a Half Men, Pepper aus Encanto, Linda aus Lucifer, Stiefmutter Vivian aus Cinderella und Björk in The North Men und vieles, vieles mehr natürlich. Also ihr Lieben, ich bin mit weiteren Kollegen am 3. und 4. Dezember auf der Comi Con und wenn ihr Bock drauf habt, ihr seid herzlichst eingeladen, kommt vorbei, stürmt die Bude und habt Spaß mit mir an den Backen. Wir machen schön Selfies, wir schnattern ein bisschen miteinander, ich gebe euch Autogramme und wir machen zusammen das Wochenende des Jahres daraus. Seid ihr bereit? Ich freue mich auf euch! Yeeha! Eure Kathleen! Sandy!